Miau! Willkommen zurück zu Alien Isolation! Die Gefahr ist nah! Und wir haben bei der Stromanlage angefangen, das Ganze einzuleiten. Aber unsere Gegner sind schon unterwegs. So, wartet mal. Ich hätte jetzt echt gerne das Alien. Ne, ich will nicht basteln, ich will es benutzen. Ob wir somit das Alien kriegen? Kein Alien. Schade, weil es direkt da oben ist der Schacht. Bereich freigegeben, aber nur in Chemnitz gesetzt. Tja, fuck. Da fehlt uns jetzt, glaube ich, noch der Dritte. Und ich habe ehrlich gesagt schon nicht mehr mit denen hier gerechnet. Nö, nö. Kommt das Alien? Oh, oh. Ich hätte echt gerne mal, dass das Alien herkommt. Ihr habt mir auch schon gesagt, vielen Dank für den Tipp, dass ich hier schon direkt Sachen reinlegen kann. Ich will, dass das Alien kommt und den Androiden fletschen, dann dass das Alien wieder verschwindet. Der King sagt übrigens auch Moin, aber er hat so viel Schiss, ihr wisst ja wie... ...scheu er immer ist. Pfff... ...zahres Antorderungen aus meinem Tisch weiter entfernt. Fuck ey. Macht doch gar nicht so viele Geräusche, wie ich gedacht hätte. Wir haben hier noch was zu tun. Warum kann ich das nicht? Okay. 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 So. Ich kann das hier jetzt nicht mehr machen. Aber was fehlt uns? Ich speicher mal. Fuck. Da stand Gefahr, ist nah. Da ist es auch schon das Alien. Scheiße. Ich wollte, dass du kommst, um den Androiden zu fletschen. Das habe ich jetzt selber gemacht. Du bist nicht mehr benötigt. Verschwinde. Komm nicht hier runter. Ja, aber es gab zwei Errungenschaften gerade. Fand ich cool. Nimm mich gern. Hm. Ah. Okay. Was? Kann ich da rein? Oh Gott. Warum jetzt wieder? Warum ist jetzt wieder Stress? I weg. I weg. Shit. Hier fliegen wieder Waffen. Ist gut. Hier waren wir vorhin auch. Naja. Die Musik. Aber ich finde es gut. Ist gut, dass hier mal wieder Schwung in die Bude kommt. Ist gut, dass hier mal wieder Schwung in die Bude kommt. Oh. 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 Ich glaube schon. Ohohohoho. Ohohohoho. Ne. Nein! Jetzt sind wir... Wir sind wieder hier drin! Und da durch und links kann ich nicht mehr, richtig? Ja, ich komm hier grad nicht mehr raus. Jetzt. Ich bin falsch gelaufen. Dumm! Ich hoffe, es kommt hier nicht rein. Oh, hätte ich den Schacht wieder zumachen müssen? Das wäre mal eine bahnbrechende Idee gewesen. Da komm ich jetzt einfach nur auf der anderen Seite raus. Ich glaube schon, ne? Shit. Wo bin ich jetzt? Ich bin doch da drunter. Ich will aber woanders hin. Es gab hier doch auch einen Ausweg. Es gab... Ich war doch nicht nur in dem Raum. Ah! Damit hat sich die Frage auch geklärt. Versuchen Sie, nicht vor dem Ellen wegzurennen so möglich? Zwei Fragen... Ist schön! Jesus! Okay, darunter gehe ich nicht mehr. Wir versuchen das irgendwie von außen. Wenn ich da rausgehe... Durch die Notaufnahme wäre halt der schnellste Weg. Wenn nicht, müssen wir ja außenrum rennen. Nützt nix. Das hat so keinen Zweck. Alter Schwede! Ich würde jetzt gerne mal speichern. Geht nicht. Dann lass mich einfach raus. Da kann ich vielleicht... Ne, da kam ich jetzt her. Das kam von hier unten, ne? Ne, das machen wir nicht. Nützt einfach nix. Ich hoffe nur, dass die Tür jetzt hier aufgeht. Das ist doch Evakuierung! Fuck. Nein! Keine Chance. Okay, heute wird wieder gestorben. Das ist nicht einfach. Wir können nur versuchen, gleich in die andere Richtung wegzurennen. Huch, geht direkt los! Damit habe ich nicht gerechnet. So. Wenn ich jetzt nochmal speichern könnte. Aber gut, es ist ja nicht so viel, was wir immer wieder machen müssen. King, drück mal die Daumen! Bring it on, bitch! Ready to go. Ja. Gerne. Was ist hier links? Ist eventuell nicht schlecht. Ah, hier sind wir. Mhm, mhm. Ich nehme es heute aber alle mit. Alle Tode. Ich habe jetzt gedacht, ich bin hier erstmal von weg. Und es ist jetzt schon da hinten und rennt in diesen Raum, in dem wir waren. Nein. Es ist immer da, wo wir auch sind. Aber entkommen heißt für mich, ich darf jetzt Gas geben. Eigentlich. Aber tut's wohl nicht. Scheiße. Juhu! Juhu! Wir schaffen es. Irgendwann. Ich weiß nicht, ob wir es heute schaffen. Aber irgendwann schaffen wir es. Ich versuch's geradeaus. Ich versuch's. Okay. Zweite rechts. Wir waren hier schon mal. Gerade eben den Schleim gesehen. We're getting closer. Schwer. Aber es ist ne gute Stelle. Ich beschwör mich nicht. Ich finde, es ist gut gemacht. Und wenn ich einmal jetzt aufpassen würde, mal den richtigen Weg zwischen ich renne und ich schleiche und gucke finden würde, dann... wäre es wahrscheinlich auch gar kein Problem. Evakuierung G. Fünfte. Was ist das? Hat jemand nen Kill Count? Wie hier die Waffen schweben, ist ein lustiger Bug eigentlich. Ich bin nicht glücklich. Ich bin 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 glücklich. So. Ja, jetzt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es dann da rauskommt oder ob es da wieder weggeht. Aber jetzt gerade tropft es. Ja. Okay, da vorne. Wir sind so kurz davor und der Part ist vorbei. Alter, wie schnell ist es eigentlich? Über unserem Bett liegt da vorne gar nichts. Ich hab Schisse. Okay. Nein, nein. Alter. Und es tut mir leid vor dem Cut, aber das müsst ihr am Freitag sehen. Ich muss das jetzt selber sehen. Alter, ich find's gerade richtig gut inszeniert und sehr spannend. Entkommen sie. Oh, seht mal hier, die Partikel ändern sich trotzdem, obwohl ich hier im Menü bin. Geiler Scheiß. Ich bin sehr gespannt, wie wir das anstellen. Richtig spannend gerade. Drückt die Daumen, seid am Freitag wieder mit dabei. Gute Nacht, King. Gut gemacht mit dem Daumen drücken. Also, geil. Bis dann. Und jetzt geht's. Vielen Dank.